abwassereinleitung in den sodinger bach gefunden aber habe ich ja schon lange gefunden heute mal eindeutig seht ihr mal da am rand was da alles hängt das ganze diese ganzen krupppapier partikel das kommt alles von nach vorne hier da hängt das überall da alles in fließrichtung gesehen rechtsseitig da da hängt die ganze scheiße und die zieht sich da lang bis ungefähr 100 meter lang alles hier so kleinste stückchen und das ist diese einleitung hier es war auch ein kürtel zu sehen hier ist nix auf der seite aber da überall alles voller klopapier schon ein bisschen zerkleinert alles aber spielt ja keine rolle und weiter oberhalb ist noch eine einleitung eine ganz kleine auch abwasser fließt so in den landwehrbach und der landwehr bach in die elmsche und der landwehr bach kriegt ja auch noch eine toiletten kürtel einleitung naja egal nur mal so am rande wenn ich schon mal hier bin